Oh, nicht schon wieder Schutt. Au. Au. Auf jeden Fall immer auf einschwachen. Oh, jetzt sind alle Einflüsse weg. Jetzt kannst du, weißt du, jetzt kannst du wieder von neu anfangen. Ähm. Ja. Räumt ihr mal ein bisschen auf, Jungs. Weil die halten deutlich viel mehr aus. Und da kann man einmal ein bisschen hier rundum Schaden machen. Die teilen da ein bisschen. Die fühlt sich viel mehr aus. Jawoll. Da war wieder sowas, was ich mochte. Ja, der hätte den vollen Einsatz. Das hätte vielleicht 300er Crit vielleicht machen können. Bezweiflungsschlag. Ah, sauber. Da ist es. Ah, die Multi-Heilung hole ich dir gleich wieder weg. Da ist es nämlich. Ich will dich gleich normal einsetzen. Ah. So. Da haben wir uns noch eine Beschleunigung wieder ran. Und wie ich sage, eine Mittelheilung auf sich selbst. Nicht schon wieder Schutt. Aua. Aua. Ja, auf die Schwachen. Zu kotzen. Äh. Ich mache eine Mittelheilung auf sie. Jenkins macht weiter. Wir haben noch eine Beschleunigung. Und der macht eine Mittelheilung auf sich selbst. Alles passend. Ich sage, ich habe eine Megastärkung rein, damit die Verteidigung hochkommt. Aber ich komme da gar nicht zu. Und alles wieder weg hier. Kann ich wieder das Team rufen? Mann. Mittelheilung auf. Jessica, der Kommen geht noch ganz gut aus. Jenkins macht einfach ganz durch. Schön weiter. Jessica macht. Ne, wir müssen noch schön weiter machen. Und Angelo machen wir jetzt mal eben schnell. Ne, Megastärkung. Gar nicht da ein bisschen. Dass sie weniger Schaden ausrichtet. Zack. Komm, kann ich das Team wieder rufen? Na, kann ich den Ruf? Gar nicht mehr. Jessica, wir haben auch eine Beschleunigung. Äh. Aber im Jeng ist voll. Mit dem Zaubern, weil Flinkheit, dass sie direkt als erstes immer dran darf. Wunder, was dazwischen kommt. Okay, nächst. Nein. Nicht die Peitschen oder weiß ich. Oder diese Druckfälle. Hey, die ist ja nervig. Machen wir mal Vollheilung auf mich selbst. Das. Dann machen wir hier wieder eine Beschleunigung. Ja, können wir mal eine Beschleunigung. Und eine Mittelheilung, ne. Dann machen wir auch eine Megastärkung. Ich muss mal eben einen Schluck trinken. Blum, blum. Eine Stunde schon. 20 Minuten. Ne, 15 Minuten in dem Kampf sitzen wir schon. Ah, knappe 15 Minuten. Aaron war schon dran. Das ist ein konzentrierter Bosskampf. Auch Multiheilung. 72 hole ich die mit einem Schlag wieder weg, mein Freund. Und sehe hier. Beschleunigung. Warte mal. Machen wir mal das. Und dann machen wir mal eine Multi. Eine Mittelheilung auf sich selbst. Super. Ah, guck, da haben wir schon seine Multiheilung weg. Und noch ein Bonus oben drauf. Kein Schutt. Okay, sie ist ausgewichen. Das ist schon mal gut. Nein, nicht diese eisige. Ach, kannst du wieder von neu empfangen. Der einen einzelnen Feind leben kann. Das funktioniert, glaube ich, beim Endgegner auf jeden Fall nicht. Ja, aber ohne Mischung machen wir eine Mega-Stärkung. Ähm, das ist gleich schon wieder heilen. Äh, padam, pssch. Kannst du eigentlich mal sterben oder so? Ne. Kann ich immer noch nicht rufen. Okay. Okay. Äh, machen wir so. Ne, da holen wir uns wieder. Beschleunigung. Mit Leilung auf Jessica. Äh, oh, oh. Mir wäre lieb, wenn die überleben würde. Ja. Weil die Erfahrungspunkte würde ich mit allen mitnehmen. Probier's einfach aus. Wir machen so. Kannst du kontinuierlich Beiblein-Beschleunigung. Zauber, Mittelheilung auf Genghis. Ah, das ist schon ein guter Schaden. Ah. Weil sowas wäre so eine Multi-Heilung wie er hat. Gar nicht mal schlecht. Äh. Zauber, Mittelheilung. Jessica. Aber du kannst aber weitermachen. Du machst dann das. Und er macht den Zauber in Mittelheilung auf. Sie selbst. Wie gesagt, Jessica will ich durchbringen. Oder auch Angelo durchbringen. Die anderen beiden sind ja sowieso vom Level etwas höher. Aber die Punkte will ich auf jeden Fall mitnehmen. Gar was zu bringen. Multi-Heilung 81. Okay, die muss ich erstmal durchbrechen wieder. Nein, ich weiß ja, dann darf auch nochmal Schutt. Die beiden schwachen, ey. Äh. So. Muss ich einmal... Ne, warte mal. Flash, mach du mal. Heil dich mal selbst. Der ist sowieso drauf. Sie hat doch die Fähigkeit, sich selbst zu heilen. Und er macht sich selbst auch. Das heißt, wir haben alle drei einmal selbst kurz geheilt. Dafür aber nur einen Angriff vollgeführt. Das ist ja auch erstmal nicht schlimm. Top. Oh, Besonder. Hau doch ab. Beschleunigung. Mega Stärkung. vollheilung beim nächsten mal da geht es langsam aus versuch mal versuch mal schleunigung der ist immer einer dem wir als letztes eigentlich heilen müssen weil der wenig oder viel schaden kassieren kann und einsteckt und auch gut schaden austeilt nein unser heiler da kann ich jetzt in das team auch noch nicht ding dong so beschleunigung ddddddn komm 20 minuten kampf ihr schon beim ja peitsche mich noch aus hier mit den kuschen ja da ist doch noch zweites mal sicherlich